Das Baby- und Kinder-Bio-Resort Ulrichs Hof ist so schön, dass man eigentlich den ganzen Tag nur im Hotel bleiben könnte. Aber wir haben heute ein super schönes Wetter und deswegen wollen wir den Waldwipfelweg in St. Engelmar erkunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.